. 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 Herpass auf, wo du hintreten tust. Du musst aufpassen. Du hast kurze Ärm und du fallst schneller mal hin wie andere. Nicht abschalten jetzt, liebe Zuschauerinnen. Liebe Zuschauer, es geht gleich hochdeutsch weiter. Sie müssen wissen, mein lieber Kollege, Bernd Hock ist gebürtiger Pfälzer und hat jetzt wen zitiert? Meine liebe Mutter. Wenn wir früher im Wald unterwegs waren, gewandert sind, da hat sie dann immer zu mir gesagt, du musst doppelt aufpassen, Bernd, wo du hintrittst. Du hast kurze Arme und du fällst schneller mal hin und kannst dich dann nicht abstützen. Und in der Tat, das ist auch so ein bisschen geblieben. Also wenn ich jetzt so im Wald unterwegs bin, beim Wandern, dann bin ich lange nicht so selbstbewusst wie beispielsweise hier in diesem Studio an der Seite meiner selbstbewussten, starken Kollegin Doro Blutte. Danke, lieber Bernd. Du hast gerade von der Bergtour gesprochen. Und schwer vorzustellen ist ja, so eine Bergtour zu unternehmen, wenn man blind ist. Genau das hat aber unser Studiogast gemacht. Eiko Henke stärkt mit solchen Aktionen sein Selbstbewusstsein. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind und sind gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Herzlich willkommen, Herr Henke. Hallo. Und unser zweiter Gast ist Leif Böhnert. Leif Böhnert ist zertifizierter Abenteuer- und Erlebnispädagoge. Und er ist selbstbewusst genug, um Menschen zu solchen Touren anzustiften. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Böhnert. Und Ihnen zu Hause an den Bildschirmen herzlich willkommen zu Zwei Weiter. Heute mit dem Thema Selbstbewusst. Herr Böhnert, Sie sind tatsächlich studierter Abenteurer. Sie sind also tatsächlich Erlebnis- und Abenteuerpädagoge mit Master. Der Erste, den ich kennenlerne. Was heißt das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, nicht sehr viel mehr als ein komplett anderes Studium, sag ich mal. Ein Studium im Wald. Im Wald, ja. Mehr oder weniger. Ich habe meinen Bachelor im Sport gemacht und wollte mich dann spezialisieren. Und habe in dem Abenteuer- und Erlebnispädagogik-Studium eine Ergänzung oder eine Spezialisierung entdeckt. Und wollte da halt auch den sportlichen Charakter hineinbringen. Aber was lernt man da? Also was macht man als Abenteuerpädagogin? Ja, letztendlich ist es ein Pädagogik-Studium. Aber man nutzt das Abenteuer und das Erlebnis, um pädagogisch mit Kindern oder Erwachsenen zu arbeiten. Also man macht sich das zu Nutzen, dass man eventuell in die Ferne reist oder bestimmte Situationen, Szenarien erstellt, um dann letztendlich pädagogisch arbeiten zu können. Aber wo kann ich denn jetzt zum Beispiel in Deutschland noch ein Abenteuer erleben, außer auf dem Jobcenter? Ja, also Abenteuer stellt man sich ja immer so groß vor. Also wie eine Polarexpedition oder weiß ich nicht. Also man muss irgendwie einen Finger verlieren und erst dann ist es ein Abenteuer. Oh ja, da habe ich schon viele Abenteuer. Aber ja, ein Abenteuer ist meiner Meinung nach viel kleiner. Also kleiner im Sinne von, dass selbst eine Entscheidung oder ein anderer Weg zur Arbeit ein Abenteuer für manche Leute schon bürgen kann. Wenn man mit dem richtigen Blick drauf schaut. Ja, genau. Also ein Abenteuer kann ja auch sein, dass man sagt, okay, man nimmt nicht den gewohnten Weg zur Arbeit, sondern man geht irgendwie, weiß ich nicht, einen anderen durch einen dunklen Wald oder so. Und dann kann das als Subjekt halt auch schon als Abenteuer empfunden werden. Also man kann diesen Beruf auch mit 60 oder so noch ausüben. Ja, definitiv. Ja, klar. Auf jeden Fall. Herr Henke, ich habe Sie gerade in der Anmoderation vorgestellt und habe gesagt, als Blinder. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie komplett blind oder wie viel können Sie noch sehen? Ich kann auf dem rechten Auge gar nichts mehr sehen und auf dem linken Auge so unter ein Prozent ist das. Wie durch so eine Milchglas-Scheibe kann man sich das vorstellen. Also so durch eine Milchglas-Scheibe bis gar nichts, wenn ich von der Sonne geblendet bin. Also dann wird es ganz dunkel und am einfachsten, manche Leute sagen, man könnte sich freuen drüber, aber ich erkenne keine Gesichter. Ich erkenne die Leute nur schemenhaft, nur Umrisse. Okay. Was ist die richtige Formulierung oder Begrifflichkeit heutzutage? Sagt man blind oder sehbehindert oder wie drückt man es richtig aus? Das ist sogar richtig juristisch festgelegt. Ich bin juristisch blind und das ist bei unter zwei Prozent. Dann hat man auch im Behindertenausweis das Kennzeichen BL für blind. Und dann ist man sehbehindert, aber die Prozentzahl weiß ich jetzt nicht genau, ab wann man stark sehbehindert ist. Und Sie sind nicht seit Geburt blind? Nein, ich bin seit 2014, seit dem Arbeitsunfall, erblindet durch eine Sehnervquetschung. Was war das für ein Arbeitsunfall? Was ist da passiert? Ich bin durchs Dach durchgefallen, das ist durchgebrochen. Ich habe hier Photovoltaikanlagen geplant und bin studierter Vermessungsingenieur. Und beim Aufmaß eines Daches bin ich durchgebrochen und bin aus neun Meter Höhe ... Neun Meter Höhe? Ja, bin ich gefallen. Und da sind die durch den Überdruck im Gehirn anscheinend sind die Sehnerven gequetscht worden. Und am besten kann man es beschreiben, wenn man sagt, die Kamera ist in Ordnung, deswegen meine Augen sind in Ordnung. Aber das USB-Kabel zum Gehirn ist kaputt. Es kommt zu wenig an. Sie waren damals auch noch viel schwerer verletzt als heute, nicht? Also Sie waren, glaube ich, auch auf den Rollstuhl angewiesen, ne? Eine Zeit lang? Ja, ich war ein Jahr auf den Rollstuhl angewiesen. Und auch jetzt sitze ich ja jetzt ganz normal hier, aber es sind die Ellenbogen faktisch nicht mehr vorhanden. Die sind bei dem Sturz bei 50 kmh auf Beton, sind die eben komplett zerstört. Und dadurch kann ich die Handgelenke auch nicht drehen und es sind noch einige Nervenschädigungen, dass ich jetzt nicht richtig zugreifen kann. Und auch die Füße kann ich nicht richtig ansteuern. Ich spüre meine Zehen nicht richtig. Und der rechte Oberschenkel war gebrochen und der war eben auch länger. Das fehlte ein Stück und das ist jetzt wieder ersetzt worden. Und das war eine lange Krankengeschichte und über die Zeit war ich ungefähr ein Jahr im Rollstuhl. Wie ging es Ihnen, als Sie im Krankenhaus aufgewacht sind, davor ja ein ganz normales Leben geführt haben und dann festgestellt haben, was Sie alles verloren haben? Ja, das ist ganz schön schwer zu sagen. Ich war zwei Monate im Koma und da musste ich erstmal überlegen, was überhaupt passiert ist und dann das erstmal realisieren, dass man nicht mehr sieht. Und dann schießt er natürlich gleich durch den Kopf, jetzt kann man nicht mehr Auto fahren, nicht mehr wandern und so weiter und so fort. Aber ich kam auch gar nicht ganz so viel zum Nachdenken, da ich sehr viele gute Freunde und vor allem meine Familie habe. Und die waren eigentlich immer da. Da bin ich gar nicht ganz so viel zum schlechten Nachdenken gekommen. Sind denn mit Ihren Knochen auch das Selbstbewusstsein zerbrochen, erstmal? Erstmal, ja. Aber dann, ja, es ging ja dann eigentlich immer vorwärts. Oder man muss ja dann erstmal das realisieren und dann ging es erstmal wieder vorwärts. Wie würden Sie beide denn Selbstbewusstsein überhaupt beschreiben, definieren? Was würden Sie beide... Magst du anfangen, Alko? Ja, Selbstbewusstsein. Ja, dass man sich selber irgendwie, dass man sich akzeptiert und dann irgendwie vorwärts geht, selbstbewusst, dass man eben auch Dinge angeht. Irgendwie, das würde ich sagen, ist Selbstbewusstsein und dass man keine Angst vor irgendwas hat. Dass man, ja, ein bisschen so mit sich selber bewusst dann eben irgendwo losgeht. Das würde ich so sagen. Ich glaube, so Selbstbewusstsein hat so eine negative Konnotierung. Also oftmals stellt man das irgendwie mit Souveränität, also ungesunder Souveränität gleich. Und ja, letztendlich drückt das Wort, wenn man das auseinander nimmt, ja nur ein Bewusstsein über sich selber aus. Also dass man sich über seine Stärken, über seine Schwächen, über seinen Körper, über sein Können, über sein Nicht-Können letztendlich einfach bewusst ist. Ja, also dass man einfach weiß, okay, das kann ich, das kann ich nicht und so sehe ich aus. Also einfach Fremd- und Eigenwahrnehmung würde ich unter Selbstbewusstsein halt auch zivilieren. Waren Sie denn immer schon so ein selbstbewusster Typ, so wie Sie jetzt rüberkommen oder kam das durch dieses Studium? Ne, ich glaube eher durch meine Erziehung und auch durch mein soziales Umfeld. Also ja klar, also davon wird man natürlich primär geprägt. Woran machen Sie Ihr Selbstbewusstsein fest? Was macht Sie selbstbewusst? Ich glaube, das ist ganz viel durch Reflektionen anderer. Also wenn mir andere von außen reflektieren, das mag ich an dir, mir Komplimente geben, konstruktive Kritik geben, einfach mir einen Spiegel vorhalten, dann kann ich mich einordnen und fühle mich auch selber dann wohl. Und ich glaube, das macht mich selbstbewusst, wenn ich einfach merke, okay, ich bin so akzeptiert, wie ich bin und kann so sein, wie ich möchte. Und jetzt sind Sie ja so ein Experte für Abenteuer und animieren andere ja auch zu Abenteuern. Ist es so, dass Abenteuer auch gerade dafür gemacht sind, das Selbstbewusstsein zu stärken? Ja, also ich würde sagen definitiv. Alleine dadurch, dass man ja Entscheidungen treffen muss. Also man verlässt seine Komfortzone. Also ein Abenteuer ist für mich, dass man halt nicht mehr in Routinen oder Automatismen handelt, sondern halt immer ein Schritt so ein bisschen in die Panikzone vielleicht auch rein muss. Und klar, die Situation an sich spiegelt dann direkt einem auch wieder, okay, befinde ich mich noch in der Komfortzone oder gehe ich jetzt schon den Schritt, wo ich mich nicht mehr wohlfühle? Und das kann das Selbstbewusstsein definitiv stärken. Aber nun machen Sie das ja, Sie haben das nicht nur studiert oder machen das nicht nur mit anderen, sondern auch für sich, nicht? Und warum macht man das? Warum begibt man sich bewusst in Gefahr? Ich weiß von unseren Vorgesprächen, dass Sie in Gefahr waren. Warum macht man das? Ja, man muss, glaube ich, auch ein bisschen der Typ dafür sein. Aber ich finde, das für mich ist eine Horizonterweiterung, dass ich halt, wie ich schon eben meinte, ja, halt nicht in den Routinen mich bewege, in denen ich mich halt sonst bewege, sondern halt irgendwie diesen Nervenkitzel halt auch suche. Sie müssen jetzt schon noch mal erzählen, weil also Gefahr heißt ja für manche schon, die Steuererklärung nicht rechtzeitig abzugeben. Was für Gefahren waren das denn? Also ich war in Kanada unterwegs zum Beispiel und da ist halt buchstäblich fünf Meter vor mir halt ein Bär hat mir den Weg gekreuzt. Ja, und also da... Ein richtiger Bär? Ja, ein richtiger Bär, ja. So ohne Zaun und... Ehrlich, du. War ein Braunbär, ja. Und da hatten Sie schon Angst wahrscheinlich, oder? Ja, total Angst. Also das war auch eine Situation, die ich überhaupt nicht einschätzen konnte. Und halt, die hätte auch schief gehen können, so. Der ist jetzt einfach wirklich nur meinen Weg gekreuzt. Aber das ist so eine Situation, die kann man halt auch nicht vorprogrammieren oder kann man halt auch nicht sich aussuchen. Und wie er wieder weg war, waren Sie selbstbewusster, oder wie? Ja. Ich hab's ja überlebt. Nee, aber alleine schon so eine Geschichte erzählen zu können, ja. Also ich glaube schon, dass ich da auch ein gewisses Selbstbewusstsein rausziehe aus solchen Situationen, ja. Herr Henke, Sie haben vorhin gesagt, dass in dem Moment dann im Krankenhaus, dass Ihnen so klar wurde, oder dass Sie gedacht haben, ich werde nicht mehr wandern gehen können. War das immer schon wichtig für Sie, rauszugehen, in der Natur zu sein, vielleicht Abenteuer zu erleben? Ja, das war schon immer so, kann man sagen, wie ein Hobby, ja. Neben vielen anderen Dingen, sportlich aktiv sein, aber Wandern war schon immer ein großes Ding für mich, ja. Und jetzt haben wir ja schon verraten, dass Sie sich eben nicht davon abhalten lassen haben, weiter auf solche Touren zu gehen, sondern dass Sie das eben auch als Blinder noch tun und getan haben. Wann kam dieser Moment, wo Sie realisiert haben, ich lass mich jetzt nicht aufhalten von dem, was passiert ist und geh wieder raus? Na, wo ich dann das Laufen wieder lernen konnte. Mhm. Dann war es eigentlich schon immer, wo ich an Krücken noch meine ersten Schritte so auch mit meiner blinden Trainerin gelaufen bin, und das erste Mal auf einer Wiese gemerkt habe, ja, das geht ja gar nicht so richtig auf Abwägen. Da habe ich gesagt, kann ich denn irgendwann mal wieder wandern gehen? Das war so meine Frage, ja. Und das hat Sie bejaht? Das hat sie dann ... Das hat sie damals auch noch nicht gewusst, weil ich wirklich sehr komisch lief. Ja. Und was haben Sie dann mit Herrn Böhnhardt für eine Tour unternommen? Was war das genau für eine Tour? Muss man auch noch mal kurz aufklären, dass Sie tatsächlich gemeinsam so eine Tour gemacht haben? Stimmt. Ja, stimmt. Also wir waren in Kanada, in Vancouver. War das das mit dem Bär? Nee. Okay, das war eine andere Tour. Sie kennen den Bär nicht persönlich. Nee, oder wir haben ihn gesehen und ich habe ihn nicht gesehen. Das kann natürlich auch ... Hat manchmal Vorteile. Okay, erzähl. Also kurz beim Wandern war mal kurz die Rede von dem Bär. Aber der kam dann irgendwie nicht. Aha. Es hatte irgendein Blinder mit dem Rascheln das irgendwie verwechselt. Jedenfalls waren wir in Kanada mit dem Reiseunternehmen, was so Outdoor-Reisen macht für Blinde. Aha. Und das ist ja so aufgebaut, dass wir blinde Begleitpersonen mitgestellt bekommen, die uns dann führen und sagen, wo es lang geht. Und aber auch die Natur mit beschreiben. Aha. Okay. Also eine Reise speziell für Menschen mit Sehbehinderung. Ja. Okay. Genau. Ja, interessant. Wie erleben Sie das? Also wenn Sie sagen, Sie kriegen die Natur beschrieben, ist es so, dass Sie das wirklich dann vor Ihrem inneren Auge sehen können, wie das ist? Oder ist es doch sehr eingeschränkt, die Wahrnehmung? Naja, also ich denke mal, wenn ich für mich spreche, ich baue mir so ein bisschen meine eigene Welt auf. Also gerade in Kanada war es so, habe ich immer gesagt, ich fühle mich jetzt in so einem Lassi-Film. Mhm. Weil dann irgendwie so durch die Inseln, durch die wir gepaddelt sind und so, das war dann ... Gepaddelt auch? Ja. Wir sind gepaddelt immer eh sehender und eh blinder zusammen und dann sind wir gepaddelt. Und wenn wir dann eben so zwischen den Inseln lang gefahren sind, dann hat man sich eben so vorgestellt, man wäre jetzt in dem Lassi-Film. Und dann, ja, was seine Seerobbe ist, weiß man ja und so weiter und so fort. Wir hatten auch die Delfine hier gesehen. Das waren keine Delfine, aber die haben einen anderen Namen, aber ... Tümmler, ja. Tümmler, ja. Witzig, dass Sie sagen, Sie haben die gesehen. Ja. Ja. Das ist sowieso. Man sagt ja, man fängt ja jetzt nicht das Reden komplett neu an. Wir sagen ja auch, wir sehen uns morgen wieder. Ja. Das ist ja ganz normal. Aber wie nehmen Sie tatsächlich ... Also wenn ich jetzt ... Ich war noch nie in Kanada. Wenn ich Kanada höre, dann verbinde ich das mit einer unendlichen Weite, einer Naturgewalten. Darf ich fragen, wie nehmen Sie das wahr? Sind das dann mehr Gerüche, Geräusche, wie nehmen Sie diese Weite wahr? Ja, schon diese ... Also von den Beschreibungen. Und dass man dann irgendwie merkt, dass man ewig durch den Wald fährt. Auch mit dem Auto. Das klingt ja auch anders, wenn man durch den Wald fährt, als ob man durch eine Stadt fährt und viel Verkehr ist und die endlose Weite. Und das andere habe ich mir beschreiben lassen. Zum Beispiel, wie die Bäume aussehen, dass sie eben sehr hoch sind. Und dass sehr viel Grün auf dem Boden ist, sehr viele Farne und so was. Das ist das. Ich habe dann auch gefragt, was ist jetzt speziell das Unterschiedliche zu Schweden oder zu unserer Heimat? Mhm. Wir sprechen ja über Selbstbewusstsein, wo es auch darum geht, sich seiner selbst bewusst zu sein. Jetzt, wo Ihnen diese Sinneswahrnehmung des Sehens fehlt, nehmen Sie sich da selber auch tatsächlich anders wahr? Also haben Sie eine andere Art von Selbstbewusstsein, wo das mit den Augen sehen wegfällt? Mhm. Anderes Selbstbewusstsein. Ja, habe ich ... Das ist natürlich die Frage des Selbstbewusstseins. Und wie es der Leif schon gesagt hat, ist das ja so eine Wahrnehmung, wie man eigentlich auch von anderen gesehen wird oder so. Oder was funktioniert an Dingen. Das stärkt ja oder schwächt das Selbstbewusstsein. Und das, denke ich mal, ist jetzt ähnlich gelagert, ist natürlich jetzt anderes, weil das Selbstbewusstsein manchmal eingeschränkt ist, weil man manche Dinge nicht machen kann, die man vorher selbstständig erledigen konnte. Und dann schwächt das natürlich das Selbstbewusstsein, weil das einfach nicht funktioniert und man merkt, es liegt am Sehen oder so, dass das jetzt gerade nicht funktioniert, weil man es sieht. Aber ansonsten hat man ja auch ganz normale Dinge, die das Selbstbewusstsein schwächen können, weil man eben auch Dinge irgendwie rechtzeitig geschafft hat. Sie haben es unter Steuererklärung gesagt oder sowas, dass man dann eben sagt, oh, ich bin ja kein guter Mensch, weil ich das jetzt nicht geschafft habe. Und da ist das Selbstbewusstsein geschwächt und das ist ja dann wieder normal gelagert, weil das auch jemanden Sehenden passieren kann. Und war denn das Selbstbewusstsein stark genug, zu sagen, ich mache diese Reise jetzt mit dem Herrn Böhner und der Gruppe oder mussten Sie da extrem ermutigt werden oder haben vielleicht welche sogar gewarnt? Das kannst du dir doch nicht zumuten. Wie war das an der Stelle? Ja, also gewarnt wird mich Kenacham, weil mich alle irgendwie kennen, dass ich da eher mit dem Kopf durch die Wand und dass das für mich ein Ziel ist, dass, ja, das war so die, aber dass man dann selbstbewusst, ja, also gehindert hat mich eigentlich nichts groß. Ich hatte Respekt davor. Also das Wichtigste war eigentlich, warum ich auch überlegt hatte, dass ich die Gruppe eine Sprenge, die jetzt dort wandern gehen. Also es ging Ihnen mehr darum, behindere ich die anderen? Ja. Aufgrund Ihrer körperlichen Einschränkungen? Ja, weil ich ja die körperlichen Einschränkungen und ich wusste es, deswegen hatte ich auch das alles ein bisschen geplant. Ich hatte erst mal vorher einfache Reisen gemacht, erst mal Städtetrips, einen kurzen Städtetrip gemacht, dann einen längeren Städtetrip über zehn Tage und habe dann weiter auch zu Hause geübt, immer besser im Laufen zu werden, immer weitere Strecken in meinem Ort zu laufen, dass ich dann fit bin für die Reise, dass ich dann dort mit eben Unterstützung. Und es war ja auf meine eigenen Kosten und mit einer Fachfirma, sage ich jetzt mal, mit der ich war, also ich habe dann nicht noch meine Kumpels zu Hause oder meine Familie die Freizeit gestohlen, um das zu üben. Aber ich wusste ja auch, dass die anderen eben Urlaub machen und dann wollte ich eben den auch irgendwie vermiesen. Und deswegen hatte ich schon Respekt, ob ich es schaffe, aber irgendwie musste ich es ja versuchen. Und das war für mich die einfachste Variante, das mal am praktischen Beispiel zu testen unter Begleitung, weil ich kann jetzt nicht zu Hause alleine durch den Wald rennen, um zu probieren, ob ich auf Waldwegen laufen kann. Und da war das eine gute Sache und ich hatte es ja auch vorher mit der Chefin von dem Reiseunternehmen vorher abgesprochen. Und sie hat mir auch diese Angst genommen, dass wenn ich es jetzt irgendwie nicht schaffe, dann hätte ich irgendwas anderes gemacht. Herr Böhnhardt, was motiviert Sie denn, Menschen mit Behinderungen auf so einer Reise zu begleiten? Die Passion, die ich am Reisen habe und an den Abenteuern zu teilen und ja, es ist ja egal, welche Menschen man dann mitnimmt. Ist das egal oder ist das ein besonderer Reiz sogar zu sagen, ich ermögliche das jemandem, der das vielleicht sonst nicht kann? Ja, also für mich ist es ein besonderer Reiz, gerade also die Reisen für Sehbehinderte und blinde Menschen anzubieten, weil ich auf eine ganz andere Art und Weise dann selber auch reise. Bestes Beispiel, also bestes Beispiel ist dafür, dass ich, weiß ich nicht, auf Madeira auch mit einer Reisegruppe war, die blind waren. Und dann sind wir halt an der Bananenplantage vorbeigelaufen und als Sehender würde ich, glaube ich, einfach nur dran vorbeilaufen und sehen, okay, das ist eine Bananenplantage und weitergehen. Und mit den Blinden bleibt man dann halt stehen, man geht in die Bananenplantage hinein, man erfüllt die Stauden, man pflückt eine Banane, isst die. Und das sind natürlich so Sachen, die... Das sind andere Bewusstseinsebenen tatsächlich auch. Genau, also für mich sind es halt andere Sinne, die viel stärker in den Vordergrund treten. Und das ist natürlich ein ganz anderes Reisen, weil man einfach sich auch dieser Sinne, die man vielleicht als Sehender gar nicht so häufig, ja, also mit Geltung gibt, die dann halt mit einbeziehen. Wie hat das Ihr Selbstbewusstsein verändert, diese Reisen zu machen und eben bewusst auch in diese Bewusstseinsebenen einzusteigen? Also total gesteigert, dadurch, dass ich halt, ja, diese Bewusstseinsebenen erweitert habe. Also, ja, auch wenn wir über das Paddeln gesprochen haben, dass wenn man halt an einer Robbe vorbeipaddelt, so, dass man halt sich wirklich auch Zeit nimmt der Muße und halt nicht direkt weiterpaddelt, sondern halt auch mal hört, okay, die... Ja, also, die, wie, also was für Geräusche macht die und wie hört sich das an, wenn sie ins Wasser gleitet und also das ist natürlich eine Bewusstseinsebene, die man sonst als Sehender sehr stark verdeckt. Und wenn Sie jetzt alleine wieder unterwegs sind, bleiben Sie dann, tasten Sie dann auch die Bananen ab? Also hat das, oder gehen Sie dann wieder dran vorbei? Also ich glaube, das ist ein Übungsfeld. Also ich glaube, dass sich einem einfach in solchen Situationen auch die Zeit zu nehmen und dann halt zu erkennen, okay, was habe ich für einen Vorteil jetzt daran, vielleicht innezuhalten und andere Sinneskanäle halt auch mal zu beleuchten. Herr Henke, wie stark hat diese Reise Ihr Selbstbewusstsein gestärkt? Ganz schön viel, ja. Also erstens hatte ich ja mitgekriegt, dass ich wandern kann, zu einem bestimmten Level. Also ich kann jetzt nicht irgendwo bei jeder Reisegruppe da irgendwie mitgehen. Also Sie sind schon auch an Grenzen gestoßen? Ich bin an Grenzen gestoßen, aber die sind trotzdem höher gewesen, als ich es vorher gedacht hatte. Und durch das Paddeln, was ich gemacht hatte, ich hatte ja vorher zu Hause erst mal probiert mit dem Besenstiel, ob ich überhaupt die Bewegung hinkriege mit meinen eingeschränkten Handgelenken. Und das ging dann auch in der Praxis. Live wird es jetzt vielleicht nicht genau sagen, wie viel er jetzt hinten mehr mitgepaddelt hat. Aber jedenfalls hatte ich das Gefühl, es funktioniert. Und das ist natürlich für mich auch sehr schön, weil man eine neue Freizeitaktivität auch... Also erstens, man hat eine neue Idee, was man machen könnte. Und man muss weniger absagen, wenn jemand fragt, wir gehen mal heute paddeln oder so. Wenn die jetzt sagen, wir gehen heute Fußball spielen, dann wirst du hundertprozentig, nee, dann musst du absagen. Aber wenn jetzt jemand sagt, wir gehen mal paddeln und wenn du da jetzt jemanden fragst, könnten wir uns zusammen eins nehmen und würdest du mich steuern, dann kann man das mit den Leuten auch machen. Und das ist natürlich wieder eine sehr schöne Sache, die mich auch weiterbringt und wo man dann selbstbewusster natürlich ist, weil man wieder fröhlicher und zielbewusster in die Zukunft gucken kann. Ja, und sich auch bewusst ist, was kann ich, was kann ich nicht. Und ich finde, Alkohol, dir steht das Selbstbewusstsein total zu, weil es nicht nur paddeln ist. Also paddeln klingt jetzt so, wir sitzen im Schlauchboot, was drei Meter groß ist und paddeln. Also wir sind im Kajak gesessen, im Zweierkajak mit Spritzdecke. Also hätte man sich gedreht, dann wäre es halt auch kritisch geworden, sag ich mal. Und wir sind halt auch stromschnellen, also gegen die Strömung angepaddelt und so. Und also das ist allerhand, denke ich mal. Also das ist für mich ja auch schon ein Abenteuer. Und dann, ja, als Blinder. Ja, also ich höre so raus, dass man Selbstbewusstsein gewinnt, indem man eigene Grenzen ausdehnt oder überschreitet. Kann man das so sagen? Ja, also ich bin eher so der Sicherheitstyp, der erstmal rangeht und dann überschreitet, weil ich eben auch schon vieles in meinem Leben erlebt habe, wo ich, ja, wo einfach auch irgendwann, was schiefgegangen ist. Und da bin ich vorsichtig geworden und gehe eben lieber an meine Grenzen ran, als dass ich drübergehe. Dass ich erstmal anteste und dann mehr kann man ja immer noch. Ja, aber ich meine, was Sie vorhin gesagt haben, erst auf der Wiese mit der Trainerin und so weiter, die Grenzen wurden ja dann doch ein bisschen überschritten. Und wurde ja dann, irgendwann war es nicht mehr die Wiese, sondern dann das Kajak in Kanada. Ja, aber eben mit der Absicherung, dass ich mit jemandem dann mitfahre. Und dieses von der Wiese, da war ja noch dazwischen, dass es manchmal meinen ersten Kilometer alleine auf Asphalt gab. Dann die ersten zwei Kilometer, die ich gelaufen bin. Und das ist ja auch ein Prozess von ungefähr anderthalb bis zwei Jahren, bis ich diese Reise mitgemacht habe. Also habe ich dann eben ran getestet und eben auch strukturiert da irgendwie erstmal mit einer Städtereise angefangen. Und dann erstmal gesagt, bevor ich jetzt irgendwo in die Wildnis oder auf Waldwege gehe, mache ich erstmal was. Und probiere erstmal was anderes aus, bevor ich mich übernehme. Das ist ja dann auch so eine Sache, dass man sich selber nicht übernimmt, weil dann fällt man auch weiter zurück. Obwohl ich behaupten würde, dass das Selbstbewusstsein auch durch Scheitern gesteigert werden kann. Also es muss nicht nur sein, dass man, ich sag mal, so ein Abenteuer überlebt oder mit Bravour besteht, sondern halt auch ein gescheitertes Unternehmen unterfangen kann ein Selbstbewusstsein steigern. Also wie funktioniert das, dass es das Selbstbewusstsein steigert und dass man nicht in einem Loch hängen bleibt? Ja, ich glaube, insofern ist die Reflektion sehr wichtig, dass man halt sich der Situation bewusst macht und dann einfach schaut, okay, woran hat es denn, also woran ist es denn gescheitert? Wenn jetzt der Bär hingeht und faltet die Pfoten und betet für sein Mittag, er dankt für sein Mittagessen. Also wo, wie ist das denn? Ja, aber die Situation zeigt mir dann, dass ich dieser Situation nicht mächtig bin oder nicht, dass das vielleicht auch eine Schwäche ist, wenn ich jetzt in der Klausur durchfalle und einfach Mathematik nicht kann. Also das hat jetzt wenig mit Abenteuer zu tun, aber also das Scheitern an sich bedeutet ja, dass ich mir bewusst werde, okay, da habe ich eine Schwäche und das kann ich vielleicht nicht so gut. Und also das führt ja auch zu einem Selbstbewusstsein, nämlich, dass ich weiß, okay, da liegen meine Schwächen und da eventuell meine Stärken. Aber was ist denn, wenn Leute dann in dem Bewusstsein leben, dass sie eigentlich gar nichts richtig können? Haben Sie für die einen Tipp? Also Leute, die sagen, ich wünsche mir mehr Selbstbewusstsein, aber ich habe das Gefühl, Mathe kann ich nicht, aber Abenteuer kann ich auch nicht. Ja, und ich glaube, da ist die Fremdwahrnehmung oder die Rückmeldung anderer halt sehr wichtig. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwo Stärken hat. Und wenn man dann halt zu sehr auf die Schwächen schaut, dann ist klar, dann sinkt natürlich das Selbstbewusstsein an sich. Und ich glaube, da ist der Faktor Außenstehende total wichtig, dass sie sagen, hey, Mensch, du hast total kreative Gedanken. Gab es auf Ihrer Tour mal eine Situation, in der Sie Gott um Hilfe bitten mussten? Wo es mal heikel wurde? Also mir fällt jetzt spontan nichts ein, weil alles irgendwie so wunderbar funktioniert hat. Aber vielleicht, weil man vorher schon so gebetet hat, dass alles gut geht. Manchmal ist es ja beim Glauben so, dass auch manches funktioniert, wo man dann nachher überlegt, Mensch, wie gut das eigentlich alles zusammen funktioniert hat. Und das war eigentlich auf der Reise so, dass alles irgendwie funktioniert hatte und ich nicht in die Situation kam. Wo man dann nachher schon fast wieder... Warst du vor Ihrem Unfall schon gläubig? Ja, das war ich schon. Und gab es da einen Einschnitt durch den Unfall, was den Glauben betraf? Nee, eigentlich nee. Also zwischendurch, klar, war schwierig jetzt an das Glauben zu denken. Dann war es eher so wie Spuren im Sand, dass man getragen wurde. Das war aber ein paar Kumpels aus meinem Hauskreis, die hatten das eigentlich mir mal später wieder gesagt, dass ich eigentlich, und so ist auch meine Einstellung, wo sie mich gefragt hatten, hast du jetzt an Gott gezweifelt, nachdem du vom Dach gefallen bist? Und da habe ich gesagt, nee, ich denke mal, der wird mich auch hier genauso durchführen, durch die Sache, wie er das schon immer gemacht hat. Und das ist bestimmt auch eine Hilfe für das Selbstbewusstsein, oder? Zu wissen, dass man da nicht hängen gelassen wird. Ja, das ist eine große Sache. Haben Sie mal gebetet auf so einem Abenteuer? Definitiv, also nicht auf der gemeinsamen Reise, sondern ja, auch mit dem Seekajak unterwegs gewesen. Und ja, es war sehr, sehr hoher Wellenschlag, also über zwei Meter Wellen, würde ich mal behaupten. Und man kommt dann schon sich vor wie in so einer Nussschale. Und jeden Moment kann es halt passieren, dass man halt umkippt. Und dann ist die Frage, wie schnell man aus so einem kalten Wasser halt wieder ins Boot kommt und halt auch noch die sieben Sachen, die man dabei hat, halt auch noch einfangen kann. Und an dem Moment, also mit Wind und Welle in diesem Boot, habe ich also dieses sogenannte Stoßgebet gesprochen. Ja, dass ich gesagt habe, also ich bin zwar Herr der Lage, aber ja, Gott, also bitte, bring mich jetzt hier heil wieder zurück. Also schon auch so eine Todesangst gehabt in dem Moment? Ja, also Todesangst nicht, also ja, es ist schon so, ja, nicht, dass ich sterbe, aber dieses Bauchkribbeln, wo man wirklich an seine Grenzen stößt, wo man sagt, okay, also das kann ich jetzt aber auch nur eine bestimmte Zeit lang aushalten. Und Glaube und Selbstbewusstsein, gibt es da für Sie einen Zusammenhang? Gott und Selbstbewusstsein? Gott und Selbstbewusstsein. Vielleicht die Frage nochmal anders formulieren. Ja, also macht das was aus, ob man jetzt irgendwie so diesen Gedanken hat, Gott ist an meiner Seite für das eigene Selbstbewusstsein? Ja, also ja, definitiv. Ich glaube, man geht anders an das Leben ran, wenn man einfach weiß, man hat irgendwie einen festen Grund, also man hat irgendwie eine Basis, auf der man aufbauen kann. Und das ist natürlich der Glaube an Gott. Und auch die Sichtweise auf ein Leben ist ja anders, wenn man halt gläubig ist, das definitiv. Ja. Herr Henke, wie war das bei Ihnen? Sie haben jetzt so erzählt, wie die Entwicklung war. Welche Rolle spielt bei Ihnen der Glaube heute für Ihr Selbstbewusstsein? Ja, das Gleiche eigentlich wie immer das, wenn man das Selbstbewusstsein eigentlich auch so mit Zielstrebigkeit oder so mit gleich setzt, dass man aus dem gestärkten Selbstbewusstsein eben Dinge zielstrebiger anpackt, dann ist das eigentlich immer das Gleiche, weil man ja immer die Gewissheit hat, dass eben irgendwie nichts passieren kann, wenn man Gott mit an der Seite hat und durch die Situation führt, die man durchlebt. Und das ist ja immer einfach, das Leben, oder es erscheint einem immer einfach oder sein eigenes. Und man hat ja trotzdem immer dieses Selbstbewusstsein, dass man durch die Situation jetzt auch durchgeführt wird, auch wenn sie jetzt gerade sehr schwierig erscheint. Und ich denke mal, dass man dann auch nach außen selbstbewusster wirkt, wenn man eben einbricht. Eine Grundsicherheit hat. Weil man jetzt irgendwie denkt, ja, den morgigen Tag erlebe ich, oder es wird jetzt die nächsten Monate ganz schwer. Ich denke, wenn man weiß, dass man mit Gott durchgetragen wird durch die Situation, ist man auch selbstbewusster, weil man weiß, es ist zu irgendwas gut. Oder ich habe jemanden an meiner Seite, der mich jetzt mitträgt. Ja. Und ich finde Ihr Selbstbewusstsein tatsächlich beeindruckend. Wir haben jetzt viel gehört von dieser Tour. Dazu kommt, dass Sie auch Theaterspielen. Das ist bestimmt auch ein Push für das Selbstbewusstsein, oder? Wie erleben Sie das? Ist das eine Theaterspielgruppe, die aus lauter Menschen mit Behinderung besteht? Oder ist das... Nein, das sind ganz normale, jung, alt, die Freude an der Oberlausitzer Mundart haben. Das ist sozusagen ein spezieller Dialekt, der in der Nähe von... Also zwischen Bautzen und Zittau gesprochen wird, in der Oberlausitz. Okay. Und da gehen Sie auf die Bühne? Da gehe ich auf die Bühne, ja. Die haben mir... Die kenne ich in unserem Stück. Den Tisch und die Stühle und die Tür, wo ich reinkomme und wieder rausgehe. Wer sind Sie? Ich bin der Nachbar, der einfach mal zu einem Bauern mitkommt, der irgendwie seine Wirtschafterin heiraten will, weil seine Frau schon gestorben ist. Und sein Sohn will aber die Wirtschafterin und ich rede mit beiden mal und gebe dem Sohn dann Ratschläge, dass er mit der Bauers, mit der Markt... Und Sie spielen da einen Sehenden? Ich spiele einen Sehenden. Und nur Insider wissen, dass ich blind bin. Also die es sowieso schon wissen. Aha. Andere würden es jetzt gar nicht mitkriegen. Hat das Überwindung gekostet, das zu machen als Blinder? Nö. Erst mal nur den... Erst mal nur den... Ich war mir sicher, ich hatte nur die Frage des Zeitmanagements. Ob ich es hinkriege, weil man ja immer zu den Auftritten da sein muss, jede Woche Proben. Und ich musste mir erst mal den Respekt in der Theatergruppe erkämpfen oder erhoffen. Ja gut, ich kenne noch meine Vorstellungsprobe. Da habe ich erst mal einen Stuhl in dem Speisesaal, wo man mal Proben von dem Tisch zum anderen getragen, um zu zeigen, dass ich denen jetzt eine sonst wo hinstelle, dass ich doch mich auf der Bühne hin und her bewegen kann. Und das war eigentlich das Schwierigste, denen die Angst zu nehmen, dass ich das nicht schaffen würde, die Aufgabe. Und ich war auch der Erste, der den Text auswendig konnte. Ah, stark. Herr Bündert, ich hätte von Ihnen gerne noch mal zum Abschluss einen Tipp. Sie haben vorhin schon gesagt, man kann ja mal zum Beispiel den Weg zur Arbeit verändern für mehr Abenteuer im Alltag und dadurch auch, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Welchen Alltagstipp haben Sie noch für Leute, die jetzt sagen, ich kann jetzt gerade noch nicht nach Kanada reisen und Braunbär ist mir vielleicht auch zu viel, aber ich möchte trotzdem mein Selbstbewusstsein steigern durch mehr Abenteuer? Also ja, die zwei letzten Worte, die haben jetzt meine, den Tipp revidiert, also die mache ich mal, also streiche ich mal durch Abenteuer. Ich glaube, also einfach auf Leute zuzugehen und zu fragen, also die man auch vielleicht gut kennt oder die einen gut kennen und einfach zu fragen, okay, wie nimmst du mich wahr? Und einfach konkret mal um Rückmeldung bitten. Und ich glaube, das steigert auf jeden Fall das Selbstbewusstsein. Also einfach eine Rückmeldung von anderen zu bekommen. Und kann auch ein Abenteuer sein. Ja, Abenteuer, ja definitiv. Und was das Abenteuer anbelangt, so, dass man halt einfach mal spontan sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal zum Bootsverleih. Ich fahre da jeden Tag vielleicht auf meinem Arbeitsweg dran vorbei und sehe immer die Leute da einsteigen in die Boote. Ich bin noch nie gepaddelt, aber ich gehe das einfach mal an. Neues Wagen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin schwer beeindruckt von diesen ganzen Geschichten. Und wie so oft bei Zwei Weiter könnte ich da jetzt gut noch eine Stunde hinten dranhängen und mit Ihnen noch weiter sprechen über die ganzen Dinge. Aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten und jetzt schon bald wieder Tschüss sagen. Ja, das stimmt, lieber Bernd. Sehr schade, aber gute Nachrichten im Internet gibt es ja alle. Unsere Sendungen zum Nochmal-Gucken oder Erstmals-Gucken unter 2Weiter.de und wir danken unseren Gästen im Studio, Leif Böhnert und Aiko Henke für ihren Besuch. Vielen Dank. Ja, und auch Ihnen zu Hause vielen Dank und ich bin sicher, Sie sind auch das nächste Mal bei Zwei Weiter wieder mit dabei. Für heute sagen wir Tschüss. Musik 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 Musik